Wir fangen an mit das, was in aller Munde ist, ChatGPT. Und was machen Ingenieure, wenn sie Geld bekommen? Sie kaufen irgendwelches technisches Zeug. Das kostet Geld. Und wenn etwas Geld kostet, dann weint irgendwo und saugt ein Geschäftsführer, weil er dafür bezahlen soll. Also wenn Sie versuchen, die letzte Tasse noch in Geschirrspülereien zu quetschen, dann spielen Sie Geschirrspüler-Tetris. Und übrigens habt ihr verstanden, dass jemand hier für sich entdeckt hat, wie man Bilder mit künstlicher Intelligenz erstellt. Wenn es so on gibt, es wäre es Strike. Und jetzt müsst ihruliğisychen, wenn scheitbar, lasst uns denke, irgendwie Olá. Das halte ich mir hier für Sie ein wenig. Also brauche ich mir hier bei Sch reasonably immer noch nicht nur. de